hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme von league of legends ich spiele infernalischer nasos der neue skin der legendäre auf der top lane mit dabei ist doggyman lp der doggyman 1 der terrens mit elise im jungle und chaos bunny x mit z auf der mid lane hallo genau und wir haben noch ein draven adi carry und eine leona support im gegner team haben wir nidalee auf der mid lane ließ dann auf der top lane lulu als support wahrscheinlich und sie wie adi carry renekton im jungle denke ich wird jetzt nicht ganz so stark sein aber der also ich habe jetzt nicht gewöhnt ja der wird es wahrscheinlich eh nicht gehen viele nennen sich irgendwie lp oder so und mag keine let's place oder zum beispiel ich heiße aber der teufel aber trotzdem let's place oder ich wenn du heißt document 1 aber ja bei dir passt noch eher weil bei dir hat der name ja aber damit was zu tun heißt ja doggyman lp bei mir sagt er der teufel der devil challenger 1 ist irgendwie ein bisschen passt nicht so ganz aber egal ich liebe dieses noch eine monikon und ich bin der einzigste silber spieler hat ich kann ich lesen der treten hat genau dasselbe bild wie ich jetzt bin ich wütend was ich komme mal man aber bei dem ich ich habe das nämlich dass er so man anfällig ist jetzt kommen wir bei dem leeren bei dem legendären spin an der am anfang getippelt hat aber egal ich will mit diesem champion holen der rauskommt ja so der ist so genial ich muss gleich nochmal die animation machen es geht aber nach also mit dem champ schreit ja der ist schwer zu spieler muss die kuya dreimal aufladen ja und du musst ja auch die ulti aufladen praktisch nee die muss man nicht aufladen ja aber du musst du kannst ja nur an ja nur an hochgeworfen deswegen habe ich dir gesagt der ist bestimmt gut im malefeld oder so ey stefan mach's jetzt nochmal ja warte guck mal ich tanze zu deiner musik na warte ich muss erst mal die ganze animale zu machen warte jetzt mal kurz ruhig die alten klamotten passen nicht mehr ich werde dich lebendig begraben warte jetzt die lache ja aber ich tanze immer noch der geilste mit dieser musikbox ich tanze auch und meine ich bin auch die badebi badebi nein es passt irgendwie nicht so genau aber egal das schicksal ist eine manifestation meinungsbild wie viel brauchst du stefan geh weg geh weg ach so du willst meiten ja das hatte nur 40 sekunden gefühlt ja ich kriege aber trotzdem die sind die sind top ja das können wir gerne auch danke also es kommt drauf an wenn ich hardcore verkackert dann gerne aber ich glaube sie ja 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 es geht noch also ich meine es war jetzt fehler von mir aber ich frage ja oh mein gott dieses schiss scheiße da habe ich jetzt komplett gefällt aber du kannst ja gerne mal top lane ganken ja ja bin ich auch schon aufm weg äh mitte so halbwegs SS ok ich denke Lee Sin is back na könnte sein weiß ich aber nicht come on scheiße ich muss safe haben er ist nicht back aber du musst ihn da wohl nehmen oder ja keine ahnung er ist ich hasse halt immer seine Ehe und seine Ehe verlangsamt sich dann aber ja what the fuck der drückt damage wie nix ja ok das ließe in dem start gehen sagen wir einfach top gehen sagen wir einfach die sind top fertig das ist wollen wir drauf haben der hat geordnet er hat auf geordnet ich sterb auch in der論ärten nein 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 ok ich wollte den Kühel nichtuso na ja das ist mir schon in Ordnung du kannst ruhig den Köln nehmen na ja nein 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 hier sind die schon проблемы zu flames dafür dass ich die Köln mir ist das egal also warte bis ich 150 ob dann können wir reingehen wie hundertfünftig Energie naja warte noch nicht noch nicht ich gehe aus und habe ich noch ein bisschen verkürzend sozusagen Laufweg und drauf Alter ich brauche meine Passiv Oha sie hat geflasht natürlich ja alles egal sie hat geflasht das ist ok deren Jungler wurde noch nicht gesehen das finde ich gut der hat Lex hat er eben gerade eben doch im Chat geschrieben das ist mir egal ja ja mir auch aber ich sag's ja noch ich geh jetzt lieber back nicht dass der Lee jetzt kommt und habe mich gleich wieder am Arsch so und warte was wollte ich mir denn immer den sie macht die ganze Zeit random E das verstehe ich gar nicht warum macht sie die E random obwohl sie keiner attackiert es gibt zwar Mana wieder aber sie hat halb Mana SS übrigens das ist wieder da Jo jetzt hat er schon 110 Adi was ist los bei dem ah KfW ein bisschen Boots willst du nochmal einen Toplane haben? äh Frage des Wollens ja ich kann machen ja lol ich hab jetzt genau so viel Farm wie der ok jetzt hat er wahrscheinlich ja jetzt hat er mehr da kann ich nämlich auch besser farmen wenn der tot ist was haben sie denn alles? sie haben einen Liali einen drei Adi Champions wo ist denn Liali? wo ist denn Liali? afk? ne botlane ne botlane botlane hd ist kein Lee ähm schwer ne der wollte bestimmt eigentlich in der mädchen ach ich mach einfach mal gold item ich kann ja nicht schaden extra gold zu bekommen so jetzt hab ich ulti ich bin kurz ich bin auf dem Weg zu Toplane mhm also ich bin nochmal auf dem Weg Toplane ja ja und danach komm ich gleich nochmal am besten in die Mitte und äh so lange sie keinen Flash hat ja aber sie muss nur ihre scheiß eh wieder raushauen dann geh ich also Stefan ok ich glaub er hat gewartet ja hm schade egal ich kann farmen danke äh kannst du doch ok ich probier's gleich mal eins gegen eins ich hab jetzt mal ein Trinket warte da ist noch der Board krieg ich gleich nochmal extra gold naja eh ist raus ich muss besser farmen besser besser oh mein Gott Minions ja Minions so OP normal also ich weiß nicht aber OPA geht es einfach nicht die Minions X ich mein normal egal ich nehme sie jetzt insnit aus dem Game hoff ich mal schalt solange die mit deinen Splatid 3 waren ja Stefan wenn du willst ich kann auch gerne top ganken selber ne ja ja mal gucken also uh diese Nidalee ist so low die Sterblichen sind nicht zum Herrschung erschaffen oh noch ein bisschen ein Minion anymore ja holen dir lol Renekton Level 1 sind schon 2 Tore äh lol ja Minions 100% an Minions 100% an Minions ich besuch mal kurz seinen Jungle ok sie geht auf Statik Stich ha was hast du gemacht ich hab bei seinem Red Buff gesucht haha und da war er grad ja so ganz random ok willst du in Topline kommen? drauf? ja der ist hier der ist halt bei ja ja komm egal wie good job good job ja babysit ey ganz ehrlich der soll einfach mal seine Klappe halten na ich hab dich wirklich jetzt schon dann geh mal mit dir jetzt ja dieser Scheiß warte puh äh die zieht zu viel sie pusht die ganze Zeit und wie fahren hat sie ähm ganz hat er die Kurale Connections Jungle ist mein Jungle so der Be و IT jetzt wird's rein gehen oh lol ok ich wollte schon die Minions die kleinen also ich versuch sie müssen wow One 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 Two One 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 das mit händler es ist also was man schenke taten der exxon naja cool neckton dieser tor meine sonne ist ein kann ich dann börsen mit zwei autotech ja verdammt mit uns op nein ich mache jetzt aber nicht so wie der und schlägt das teil willst du mal top lane halten an jeder ich muss selber weg ja der ist auch weggegangen also so kauf mir irgendwie bin ich gerade schon wieder schlecht mit nachos wie viel form hast du auf deiner kuh 126 ja geht noch ich werde aber versuch ich ja da habe ich dir einen fehler sagen du spielst gegen adela auf top warum baust du dir dann als erstes warum gehst du dann auf eisquellhandschuhe ich gehe auf eisquellhandschuhe ich gehe auf frozen heart ja echt jetzt ja dafür also die glanz also das brauche ich nicht das habe ich nur wegen dem mana gemacht ja ja egal ich muss mir jetzt jetzt habe ich auch ein bisschen mehr rüstung und das ist doch oft ein fehler den viele machen mein gott ich hasse das dass er immer hin und her springen kann zum beispiel mein bruder der hatte letztens nachos gespielt nahm der in sein gegnerischer nasus hat am anfang schon 29 ap und hat für mich und drauf geht von mir ist in der mitte ach so ja kommt ja drauf gehen ja okay ich raus von ihr ja ich war zu weit weg sorry nein das stimmt und er hatte dann einen auf top lane mit ap mit a ja doch ap und der hat einfach mich in cent als jungler genommen selber halbwegs auch noch also das war schon krank sie bleibt auf der lane ist sie krank so ist erstmal keine wölfe mehr war der fackt ab ey der hat auch schon 105 rüstung ich kann sie uns dann nehmen das war es ist top land obwohl ich glaube dass wir irgendwo im busch camp ja da ist er wieder gegnerischer hd carry ist jetzt auch weg ich habe 84 frauen und der hat 68 lol warum habe ich viel mehr farm als er weniger oder mehr mehr wir können drauf gehen hat die hat kein dings mehr nicht ihre e ich komme auf top aber pass auf ich glaube da in dem gebüsch ist geworden ich kann klären ich kann klären ich hab mal ja dann kriegst du erst ich gehe praktisch kurz weg na ich meine wette hier vorne steht irgendwo ne Wort neun jetzt kein wort hier irgendwer muss aber irgendwo hergesehen haben ja 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 es ist auch ungefähr schätze ich jetzt mal scheiße ich bin mir nicht sicher hier kommt suchen wir eine nette in seinem jungle auf oder und anders ach scheiße ich hab keine wort machen wir es so rum guck mal da steht er doch hallo nicht sind hallo nicht also ich kenne gerade an der nette irgendwo wo hier ist ungefähr die wort und was ich kann er kommen wieder um den ergeleitet und weil seine geist hat sich ja ich schätze die sind macht die die ganze zeit und außer es hat er keine holen vor allem das von ihm sagt kann ich ja bestimmt haben ja damit sie auch gar nicht aber was ihr jetzt probieren könntet ist von hier zu kommen ja ja ich gehe kurz zu mitte halten ja ja ich komm hoch rechte wenn einer haut geht just look pusht sie sie pusht nicht sie geht weg also sie geht zurück verdammt hast du es dann der ist ich kann tank gleichzeitig drauf ist ein ich will dir nicht spielen deswegen denke das nächste mal gehe einfach drauf und dann egal ob du stehst oder ich wollte eigentlich noch wegen lifestyle aber ich habe am anfang gar nicht gerafft dass es sie wir ist okay es war mein das war mein fehler egal was ich kommen top lane wort steht zwar weiß egal ich komme top lane mensch jetzt glück habe wartet hier nur sie hier das war cool sie ist natürlich back west nasus i've ever seen was geht mit dem arm das sind flamer so ein ja ich weiß was machst du aber ich muss schon zugeben ich bin jetzt irgendwie schlechter seit diesem neuen visual upgrade und seit dem skin draußen ist ich irgendwie schlechter mit namens ich weiß noch warum ein bisschen verändert irgendwie finde ich ja das von der spielweise schon alleine das ist jetzt viel komischer ich verstehe ich warum du du mir ist herrens ich finde ich so auch ein super starker api jungler also elise ist bester api jungler ich finde ich es wirklich aber ich liebe sie auch auf top zu spielen das wird das stelle ich alles wie möglich sind mit liebsten stelle ich auch alles auf top lane mit liebste stelle ich fast alles einfach wegen ihrer range und so hat der fragt warum kriegt ihr kein range champions wie kennen oder so haben wir gegen elise finde ich keine chance die sie für geht es einfach mit überall die kids wollen das ist nicht normal schauen ich komme hoch so jetzt habe ich ein bisschen down gekriegt ja ich komme jetzt ich habe die alles wird von hinten kommen okay du bist da und es ist los drauf ja den kriegst du oder mit von ja gut job guck mal und auf einmal bin ich hier bettend er vielleicht gleich wieder schicksal ja klar flammt er jetzt wieder mit lane oh mein gott sie ja okay sie desto hat mein tower machst du deinen top tower mal down ja ich probier es zumindest ja der dürfte eigentlich weg sein ja das werk gut ja mitte nicht rum ich glaube ich stehe 50 ich stehe 232 das ist irgendwie peinlich mit namens ist früher ich habe immer dominiert oder so aber echt der ist sowieso geändert ich komme hoch ich komme hoch ich komme hoch ich komme hoch den nimmst du aber in stand okay und ich nehme sehr weiter in sind ich komme hoch ich komme hoch renn runter genau rennen hier komportland los würde ich bitte schön hoch oh scheiße der der ließ denn der kommt eh gleich wieder ich hab's verpasst ich hätte meine kuh nur machen müssen dann hätte ich renekton auch noch bekommen egal gg jetzt stehe ich wieder normal ach guck mal ja ja wir haben jetzt auch drake ich habe auch wieder drake jetzt brauche ich mir mal ein bisschen tankiger darf ich mir den blue nehmen ich bräuchte selber kann ich für ein bisschen jungle mines mich zu behängen ja die sache ist einfach daran das schöne ist die sind die coole und dann weiß dann deswegen die wieviel hatten der ließ denn jetzt 143 149 rüstung warum hat er immer so viel rüstung erholt sich der will sich ran du ihm sollen ja das wissen wir brauchen also es kommt drauf an wo ich schließe spiele und wer es doch wenn jetzt naja es kommt auf die gegner aufwand muss ehrlich sagen also ich will es ich wollte mir nicht auf jedem oder wenn ich gegen jeden spieler sagen wir sehr so rum okay was geklärt noch ich komme noch mal hoch gerade wo ich schon da bin verzweifelung wetten der vielleicht gleich wieder alle mit der ss warum gehst du nie drauf du kannst du dann schon kehren okay du musst die kills also es ist mir egal wenn du kürzt hier ist oder so das ist bei mir so leider schon eingebürgert gut job ich dachte gerade schon so scheiße jetzt sterbe ich schon wieder danke dass du kommst du ausgelassen möchte red buff hier und gerne den nehme ich gerne an so cool ich habe blubber den hätte ich auch nicht schlecht gefunden zu haben ich habe auch einen no dat spider ks ach Lisa hat gerage quittet lol Lisa noch ja der hat jetzt gerage quittet wie Hammer nein eigentlich finde ich das nicht cool weil oh da ist Renekton ich komme hoch wollen wir den tower typen ich habe gleich wieder ulti klar mach einfach der frisst soviel schaden der ist einfach zu do er hätte einfach eine ulti zünden müssen der hatte keine ulti er hat die ab er hat sie ab mach schnell ich bin gefressen hättest mich ja fressen lassen können ich bin auch im fokus gewesen die schläge mit leid mit den ertrinkenden die vier kommt hoch oh oh slow ist auf krass scheiße wie du überlebt hast sowas ist einfach trolling einfach op set wirklich ja das mache ich so oft schon set ist mit lane mein main ok oh jetzt bin ich tank und set auch set ist auch mit lane main ich teleportiere mich da jetzt einfach ich liebe gragas ich finde die champion so lustig ja alle aber ich finde das mit dem bauch haben wir jetzt doof irgendwie was wurde gemacht ihr könnt mir schon helfen wir gerne ja oh ich komme ich komme ich komme das ist was haben die da genau verändert um die haben da praktisch verändert dass du hingehen kann oh 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 kommt drauf ich kann nicht ich meine ja auch nicht dich ich meine ach so er ist da ist schon in ordnung ja ja good job ey Männer will ich auch mal einen kill hier haben hallo du hast ja einen bekommen ja zum glück yeah that sucks hä hier kam gerade ach so hier kam gerade ne Raven Ulti zurück ja oh mein gott ich habe es nicht mal gesehen mit nasus kriegt man einfach jeden tower ja komm sein push potenzial aber eigentlich ich habe mich jetzt gut gebessert seitdem ließe nicht mehr da ist ja ohne gegner wie viel sticks hast du eigentlich mit 375 ich fahre mir jetzt nicht mehr weil das ist ja momentan die fighting phase das ist egal ich habe trotzdem weiter gefahrt ich hatte letztens also normale ich farme mit nasus eigentlich immer bis minute 30 so aus so viel wie möglich wie viel hast du dann so ungefähr ich habe es mal geschafft innerhalb von 45 bis 50 minuten 106 zu haben ja okay das geht noch ey aber terrens ich habe zum beispiel gerade meinen farm unterbrochen weil du hilfe gebraucht hast ja aber zum beispiel aber da habe ich auch extremst nur gefahren ich hatte doch irgendwie fünf toto so so aber am ende habe ich einfach den ad-carry ich bin draufgegangen und habe instant vorn hittet ja aber ich muss sagen ich hatte ja also ich bin hingegangen und hatte in der siebzehnten minute 300 stacks und das ist und das ist ähm diamant also diamant ist das so ungefähr die rage also die höhe die diamant dann in der form f das macht na komm wir sind mal so ausi wir kriegen den nicht wieso ich kann trollen was war das problem eine sidie spalte oh mein gott oh mein gott ich halte sie mal einer menschen kombination soll sie wird tot ja aber ich habe keine systeme dafür bekommen das sind jetzt drauf aber warum denn ich würde mich schon zum beil holen oh verdammt mach ulti mach ulti an mach ulti an das geht schon in der letzte richter und weg ja indivita gleich holen mach das nur ich würde erst botline gehen danach indivita und dann beide sofort so und automatisch zuhaven hat schon gemacht sie wünschen sich ein paradies für narren warum äh zu ändern die eigentlich nicht wenn die noch eh zu dritt sind ich weiß das nicht so ich hab noch lulu bekommen also 608 gg ja ich sag doch ihr dies ist mein api ja dafür der farm ist jetzt nicht grad der beste vom 19 jungler ja egal du kannst ja dann nehmen nehm das ist das ist nicht so wahr shit mit blitzcrank mehr farm als Sonic Carry haben Junge weißt noch als wir so eine failaufnahme mit Marils gemacht haben da hab ich ja mehr als supporter als Diana mehr schaden gemacht als er ad schaden ja was willst du machen ganz ehrlich er ist ja nichts gegen ihn er spielt ja auch nicht so oft eben er spielt nicht so oft und ich will jetzt nicht sagen dass er schlecht ist aber so zu sagen also ist ja auch keine beleidigung oder so aber er spielt halt nicht auf der sozusagen höhe von 30ern welches level ist er das level 13 glaube ich ja okay dann dann ist ja das was anderes ja äh wollen die nicht mal reingehen das schuld alle werden gerichtet scherz hier gerade als schlechtes das seit EU beleidigt EU West sorry nur weil du doch nicht erst mhm beziehungsweise 2 nein mein Autotext ist nicht geöffnet wie schützt wird kommt ins Ziel schade nein meiner ja das wird zu geil gewesen schade dass ich mal wieder nicht full bite machen konnte ich hätte sie für one hit gelegt manno finde ich scheiße mein Tor ja ich habe aber auch nicht gelastet komm den inhibitor den last hätt ich Draven wird locker gegen C4 verlieren ne und ich habe sogar noch einen das ist bekommen und ich finde ich jetzt mal noch nicht ok ok die 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 leona die hat durch gepusht so wie leona ggwp ok jetzt wollte ich wieder den Sound ab und dann könnte besser gehen mit Nasus aber ich lasse jetzt einfach ich will nicht noch eine Aufnahme mit Nasus machen ach 3 ok jo und so das war es mit dem Sound vielen dank fürs zuschauen und bis zum nächsten mal